Müssen wir denn ziehen? Das heißt wir müssen nicht auf den Boden achten, ja, ne. Okay. Kugel ist da, alle Range auf die Kugel. Achtung, schnell. F06 auf den RAF, zwei. Sie haben keine Achtung über die Kugel. Der Sky ist fertig. H2-Chapel zu 3, 4, 6, 4, und 10, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4. Achtung, schnell! Bei mir ist ausgelaufen. Jetzt nehmen wir den. Rundfuhren... Rundfuhren... Rundfuhren! Rundfuhren! Das ist nun wieder. Es ist nun wieder, Achtung! Geht jetzt! Wie bin ich? Geht jetzt!